Waffe, Waffe, Waffe. Haben jetzt ja eigentlich 100 Spieler mitgemacht oder wie viel waren das? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh. Es kann aber keiner hier zu sein. Auch wenn hier keine Waffe legt, was echt eklig ist gerade. Nach drei Häusern. Ey. Okay. Ich wollte gerade sagen, dass wir alles hier ranhauen. Hier sieht man ziemlich schlecht durch. Jetzt, okay. Ah, der hat den gekillt, glaube ich, gerade. War da hinten, oder? Ballert hier einer rum? Die locken mich von einem Platz zum anderen, Mann. Äh, nee. Diesmal nicht, Sintors. Nächste Woche vielleicht. Der Zaun dürfte nicht schusssicher sein. Nee, nee. Zor. Grüß dich. Wenn ich hier machen soll. Die bewegt sich halt echt nicht gerade. Doch, da oben. Sind zwei Leute. Nice. Perfekt gelöst. Ey, die ist ja so OP, ne? Habt ihr gerade den Rückstoß gesehen von der Waffe? Der war nicht existent. Ich konnte einfach durchziehen. Was, äh, schafft hier. Bisschen seltsam zu looten manchmal. Hier ist Anna. Nein. So. Ja, komm. Weiß ich auch. Ich bin hoch. Manchmal ein bisschen seltsam hier mit dem Hochziehen. Das hier ist die AKM. Also, eine AN. Nee, KN57. Das ist, glaube ich, aktuell die beste Waffe im Game. Bisschen Rückstoß. Nicht vorhanden. Okay. Kommt einer. Dieses Ding ist so OP. Ist einfach so OP, diese Waffe. Ah, okay. Muni bräuchte ich vielleicht noch, oder? So siebener Muni. Yo, Jimmy. Hey, Potato. Grüße euch beide. Das Leben noch. Fünf Leute. Was hab ich für Dinger hier equipped in Sensor-File. Das ist sogar einer. Leute, da ist einer drin in dem Haus, ne? Guck mal, ich seh das. Ich weiß aber nicht, in welchem. Ich glaube eher in dem rechten, oder? Rechts oder links? Man kann es nicht erkennen. Ich glaube eher rechts. Nee, ich hab... Man sollte, glaube ich, beide Spiele nicht vergleichen. Sind beides gute Games. Ja, ich glaube auch rechts ist der Typ, oder? Wobei, der könnte auch links in dem Ding drin sein. Kannst du nicht so genau sagen. Aber da hockt auf jeden Fall einer drin. Sieht aber mehr nach rechts aus. Fast schon. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll, um den jetzt da rauszukriegen. Hinrennen wäre wahrscheinlich nicht so clever. Ah, dann wird er hier rechts sein, ja. In der Hütte, die ist nämlich noch in der Zone drin. Ja, ich seh sogar seine Waffe da durch. Lol. Ob man sich Blackout zulegen sollte? Wenn dir sowas gefällt, warum nicht? Klar. Du hast ja viele... Viele Modi hier drin auch. Nicht nur den Blackout-Modus. So, ich hoffe, es hat sich für ihn gelohnt, da die ganze Zeit in einem Haus zu sitzen. Zone kommt, oder? Ah ja, Zone kommt schon. Ich muss los, Mann. Muss los, Bruder. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich steppte einer. Jetzt einen Sensorfeier hätte, du. Der hat ja auch nix, der Typ. Oh, der hat einen Sensor voll. Oh, lol. Okay, der ist nicht da unten. Der ist nicht unten. Das heißt, er muss irgendwo da hinten sein. Vielleicht so hinter den Steinen da. Könnte auch sein. Oder er ist noch hier drin. In dem Haus. Ich schau's. Nice, GGs Oh, cleaner win OP-Runde mit der KN